Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der Aktion dritter Bauabschnitt. Wir haben schon die Fläche abgesandet und jetzt habe ich doch mal gesagt komm jetzt mal die Kamera rausholen. Ich habe ja im letzten Video euch gezeigt, dass wir mit diesen super Holespoons erifiziert haben und jetzt gucken wir uns mal an wie diese Löcher jetzt funktionieren, ob jetzt der Sand da gut einrieselt. Der Sand ist noch nicht so ganz abgetrocknet, wir haben immer zwischendurch ein paar Schauer. Bisschen doof. Und deswegen trocknet er heute sehr langsam ab. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass das Bürsten die beste Methode ist, um die Löcher zu füllen. Also den Sand hier richtig schön mit der Bürste. Warum müsste jetzt diese Bürste und nicht die die dicke? Zu anstrengend. Zu anstrengend. Also man kann man schön sehen, wie hier die Löcher voll rieseln. Ja, ist echt gut. Das rieselt echt gut rein. Schon bis das Loch voll. Ja, das ist so genau der Kompromiss. Auf der einen Seite darf nicht zu viel Sand auf die Fläche, weil dann kommt das Gras nicht mehr vor. Aber es muss gerade so viel Sand sein, dass die Löcher auch gut gefüllt werden. Und man merkt auch, dass das echt fette Löcher sind. Also dass da richtig viel reingeht. Das habe ich fast noch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Also wir haben jetzt hier schon locker, ja, ich habe ja nochmal nachgemessen, aber wir haben jetzt den Top-Dresser voll aufgezogen auf der höchsten Öffnungsstufe. Und das wären sicherlich schon locker vier Liter pro Quadratmeter gewesen sein. Oh, das ist mal ein schöner Loch da. Warte mal, ich sehe nichts. Ja, man ist drauf. Genau. Und boah, da geht ein Sand rein in diese Löcher. Das ist krass, ey. Also was ich damit sagen will, dass es vielleicht doch noch ein bisschen zu wenig Sand war. Nach meiner Berechnung, ich habe allerdings mit zehn Zentimeter Lochtiefe gerechnet. Nach meiner Berechnung sind es 1,7 Tonnen 0,2er Sand. 1,7 Tonnen. Und die haben wir auch tatsächlich ziemlich genau hier auf die Fläche drauf gehauen. Ich denke mal, wir haben noch ungefähr so eine halbe Tonne auf dem Hänger drauf. Was hast du da? Was für brutale Steinchen. Sag mal, ein ganz fetter. Ja, das ist brutal. Hier. Ja, da rutscht immer mal so ein Steinchen zwischen. Ah, komm her. 0,2er Sand. Naja. Ich mache jetzt noch hier diesen Hügel, weil der echt immer ziemlich schlecht ist und sehr ungleichmäßig. Viele Wurmhaufen hatte ein bisschen weniger Sand. irse. Beginne Hmm. Ich komme aus dem Krankenhaus. Komm. In diesen Top-Dresser, da geht es so tatsächlich eine Vierteltonne, also 250 Kilo Sand rein. Boah, ich krasse, also vier Fuhren und die Tonne ist weg. Meinen Anhänger ginge ich nur eine Tonne, maximal. Mehr kann ich damit nicht transportieren. Ich habe schon überlegt, wenn ich einen neuen Anhänger kaufe, wo ich dann zwei Tonnen Zuladung habe. Also 200 Tonnen extra so ein fettes Auto gekauft, damit wir ordentlich was ziehen können, auch so einen großen Wohnwagen ziehen können. Das war eigentlich der Hauptgrund. Und der kann tatsächlich 200 Tonnen ziehen. Das ist schon echt cool. Da müsste ich nicht so oft zum Sandwerk fahren. Aber es geht. Das Sandwerk ist genau eine halbe Stunde entfernt. Ratzfatz, eine Stunde bin ich wieder da. Jetzt kann ich euch auch nochmal zeigen, ich habe jetzt hier so einen Totmannschalter installiert. Den muss ich gezogen halten. Sobald ich ihn loslasse, geht der Motor aus. Und das funktioniert jetzt richtig gut. Also sobald ich loslasse, geht der Motor aus, weil das ist auch schon ziemlich gefährlich. Dann habe ich hier den Seilzug. Jetzt mal Gang raus. Den Seilzug hier nach außen verlegt. Jetzt muss ich ihn mit links und dann... Und ja, zwei Tonnen sind weg. Jetzt bin ich gerade am Sehen, ein Sehen. Die Festuca Rupa, den Rotschwingel, der wird jetzt hier nachgesät, weil ich ja hier der Feinfescue-Fetischist bin. Ja, weil ich das sehr cool finde. Und das mache ich jetzt gerade noch. Also die letzten Aufnahmen hier, da könnt ihr noch kurz zugucken. Und dann, ja, dann haben wir einmal die ganzen kurz geschnittenen Flächen. Also nicht die Ränder, die habe ich vertikutiert, aber auch nachgesät. Aber die kurz gemähten Flächen, die habe ich jetzt natürlich durchgängig gelocht und abgesandet. Und jetzt, ja, jetzt schauen wir mal in aller Ruhe, wie sich das hier entwickelt. Ich werde jetzt wieder zwei Wochen durchwässern, dreimal am Tag, zehn Minuten. Ich hoffe, es regnet zwischendurch mal so ein bisschen, damit die Festuca auch hier aufläuft. Ich freue mich sehr, wenn ihr das weiter verfolgt auf meinem Kanal. Yeah, ab geht's! So, das Allerwichtigste ist, dass ich hier die Bahn treffe. Das ist echt schwer zu sehen. Also ich muss jetzt hier ganz sauber drehen. Und dann sehe ich die Bahn. Und... Gucken, drehen... Gucken, drehen... Das ist eine... Kurz mal zur Saatgutmischung. Wir sind am überlegen, ob wir über mein schöner Rasen eine spezielle Festuca-Saatgutmischung anbieten. Das ist jetzt erstmal die Mischung, die ich als Probe bekommen habe. Ob wir die nehmen, ist noch nicht so ganz klar. Aber wir haben uns erstmal für diese Mischung entschieden, weil die so ein bisschen heller ist und sich eigentlich dann ganz gut zu meiner Fläche auch angleichen wird. Also schreibt mal, was ihr so von der Festuca-Mischung haltet. Als Rasenfreak-Spezial-Sondermischung. Also ich bin sehr verlockt, das tatsächlich hier mal umzusetzen. Auch für euch. Gut, weiter geht's. So. So. Und... Schön die Spur treffen. Na? Ey. Bin ich schon wieder am gucken, ob ich das noch richtig getroffen habe. Auf dem Video werde ich es dann sehen. Ja, was ich jetzt hier... Mache ist nicht ganz optimal. Eigentlich wäre es besser, natürlich nach der Aussaat die Saat noch abzudecken. Ich habe in einem sehr interessanten Artikel auch gelesen, dass eine Mischung aus Sand und Kompost als Abdeckmaterial für die Festuca ideal wäre. Ja, hier die Sämtner, die harrt tatsächlich so ein bisschen den Boden auf. In diesem Fall so den Sandboden ein bisschen auf, um in so kleine Schlitze dann die Saat reinfallen zu lassen. Hier in diesem Übergang sieht man tatsächlich, wo jetzt mehr Sand drin ist. Hier diese Schlitze hier. Cool. Man sieht das richtig. Wir haben ein bisschen mehr Sand, um diesen Übergang ein bisschen weicher zu gestalten. Also, Bauabschnitt 3 ist abgeschlossen. Wir haben jetzt alles einmal nachgesät und gesandet und gelocht. Hier mit den Superhole Spoons. Boah, das war ein heftiger Bodenaustausch. Und, ja, bin sehr gespannt, sehr gespannt, wie diese Fläche sich entwickelt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, abonniert mich doch gerne. Dann seht ihr immer meine neuesten Videos, wenn sie rauskommen. Aber eigentlich kommen sie immer am Samstag um 8 Uhr raus. Also, danke fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss.